Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Photoshop-Profis vom Rheinwerk Verlag. Heute geht es um Tipps und Tricks zum Porträt-Workflow in Lightroom. Ich bin Maike Jasitz und in meinen beiden Trainings zu Lightroom 6 und CC zeige ich Ihnen alle Funktionen und Werkzeuge für den Foto-Workflow auf Location und im Studio. Hier möchte ich einfach mal ein paar Tipps zusammensammeln, die sich im Laufe der Zeit besonders für den Studio-Workflow bewährt haben. Wenn die erste Aufnahmeserie fotografiert ist, dann fangen Sie sicherlich schon mit der Entwicklungsarbeit an. In dem Moment, wenn Sie noch beim Shooting sind, sollten Sie sich da auf die Basiskorrekturen beschränken, denn dann haben Sie die Möglichkeit, diese Basiskorrekturen ganz einfach auf die zukünftigen Importe anzuwenden. Ich wechsle einfach mit einem Motiv ins Entwickelmodul und kümmere mich hier in erster Linie um die Ausarbeitung der Hauttöne. Eine richtige Belichtung vorausgesetzt, muss ich mich hier in erster Linie drum kümmern, ob die Schatten noch aufgehellt werden müssen oder ob die Hautfarben zu intensiv sind. Es gibt also ein paar, ja fast Standardeinstellungen, die ich hier vornehme. Dazu gehört unter anderem, dass ich oft, gerade bei sehr gerichteten Licht, also offensichtlichen Schatten im Gesicht, die Tiefen etwas aufhelle. Dazu gehört auch, dass ich die Dynamik etwas reduziere, also die Hauttöne etwas transparenter mache. Und dass ich in den HSL-Einstellungen für die vorherrschenden Hauttöne die Helligkeit anhebe. Also unabhängig von den anderen Motivteilen im Bereich Luminanz einfach sage, dass die Helligkeit angehoben werden soll. Das sind meistens die Orangetöne, dennoch nehme ich dieses kleine Werkzeug für die direkte Korrektur im Bild, klicke und ziehe dann mit gedrückter Maustaste nach oben, um genau diese Orangetöne etwas heller zu machen. Wenn die Reflexe etwas zu stark sind, können übrigens in den Grundeinstellungen die Lichter etwas abgesenkt werden. Das wird natürlich zusammen mit der Anhebung der Tiefen etwas weicher in der Gradation, aber das ist etwas, was wir für die Hauttöne auch gut gebrauchen können. Dieses weiche in den Mitteltönen fange ich auf mit einer leicht erhöhten Klarheit, die natürlich auch Details im Gesicht wie Poren, aber auch kleine Pickelchen und Makel betonen wird. Aber das nehme ich in Kauf, damit ich auf jeden Fall die Brillanz im Bild von vornherein habe. So, wenn das jetzt mal eine Einstellung sein sollen, die ich als Basiskorrektur auf alle Bilder anwenden möchte, auch auf die zukünftigen, denn wissen erfahrene Lightroom-Anwender von Ihnen, dass man diese natürlich nachträglich auf eine gesamte Serie übertragen kann, indem man das Ganze synchronisiert. Wenn ich jetzt aber neue Bilder importiere, dann kann ich diese Einstellung insgesamt als Entwicklungsvorgabe speichern und diese dann schon beim Import anwenden. Und das möchte ich jetzt mal machen. Im Entwickeln-Modul habe ich meine Vorgaben. Sie sehen, dass ich hier auch Standardvorgaben Mensch zum Beispiel gespeichert habe, die mit ähnlichen Parametern arbeiten. Ich nehme jetzt aber exakt die Vorgabe, die ich eben erstellt habe und werde natürlich nur die Einstellungen aktivieren, die ich eben auch vorgenommen habe. Einen Weißabgleich habe ich nicht vorgenommen, der könnte aber natürlich hier standardmäßig drin bleiben, damit ich überall den gleichen Weißabgleich habe. Ich habe die Lichter und Tiefen bearbeitet, die Klarheit und die Dynamik. Ich habe Farbkorrekturen in den HSL-Einstellungen vorgenommen und das ist es auch schon. Mehr muss ich hier nicht speichern, auch die Objektiv-Profilkorrekturen muss ich hier bei diesem Objektiv nicht vornehmen. So, damit habe ich das Ganze erstellt. Ich werde es mir mal in meinen ersten Standardkorrekturen-Ordner speichern, erstelle das und schon habe ich eine weitere Vorgabe hier in der Liste erstellt und diese kann ich jetzt auch aus dem Entwicklmodul heraus direkt als Importvorgabe anlegen. Und zwar, indem ich mit rechter Maustaste hier raufgehe und dann sage, dass dieses auf das Importieren angewendet werden soll. Wenn ich jetzt neue Bilder importiere, ich mache das mal über den Importieren-Knopf in der Bibliothek, dann wird mir hier im neuen Importieren-Fenster von Lightroom 9.2 gleich diese Importvorgabe angezeigt. Sie sehen das hier im rechten Bereich, im sogenannten Advanced, also in den fortgeschrittenen Einstellungen. Dort sehen Sie, dass meine Studioaufnahmen, Juki, hier ausgewählt sind. Natürlich hätte ich auch jederzeit während des Imports die Möglichkeit, von hier direkt auf meine Vorgaben zuzugreifen. Wer von Ihnen sich jetzt etwas wundert, weil sein Import-Dialog ein wenig anders aussieht, das liegt daran, dass es bei Lightroom 9.2 einen neuen Import-Dialog gegeben hat, der aber höchstwahrscheinlich in der nächsten Version schon wieder dem alten Look geopfert wird. Aber dennoch, die Funktionen sind die gleichen, sie sind bloß ein wenig anders platziert. Wer von Ihnen noch mit dem alten Import-Dialog arbeitet, hat hier einen Bereich, der heißt Während des Import-Vorgangs anwenden und auch dort können Sie Entwicklungsvorgaben anwählen. Direkt hier unter ist etwas, was sich im alten Import-Dialog-Feld im oberen Bereich abspielt, nämlich die Wahl der Vorschauen, die während des Imports erstellt werden. Sie sehen hier, dass es eine Standard-Vorschau gibt. Die können Sie in Ihren Voreinstellungen definieren, wie groß sie ist. Sie können mit minimalen Vorschauen arbeiten oder gleich die 1-zu-1-Vorschau erstellen lassen. Das ist etwas, was ich im Studio-Workflow auf jeden Fall bevorzugen würde. Ich lasse es hier dennoch bei den Standard-Vorschauen, um Ihnen gleich in der Bibliothek zu zeigen, wofür Ihnen diese Erstellung der 1-zu-1-Vorschau nutzen kann. So, ich mache jetzt hier gar keine weiteren Einstellungen. Das Wesentliche ist passiert. Meine Basiskorrektur hat hier stattgefunden. Und jetzt kann ich die neuen Fotos aus diesem Ordner importieren. So, das geht relativ schnell. Sie sehen hier oben, dass die Standard-Vorschauen für diese Bilder erstellt werden. So, was heißt das? Das heißt, wenn ich die Bilder in der Vollbild-Vorschau öffne, dass dieses sofort und ganz schnell da ist. Sobald ich mich in Details reinzoome, muss diese Vorschau noch erstellt werden. Wenn ich jetzt mal in ein nächstes Bild gehe und mich hier in ein Detail reinzoome, dann sehen Sie, dass die Daten geladen werden müssen, bevor ich dann die scharfe 1-zu-1-Vorschau habe. Nach dem ersten Reinzoom ins Bild ist diese 1-zu-1-Vorschau erstellt. Das heißt, beim nächsten Reinzoom ist sie automatisch da. Und genau das ist etwas, was ich mir natürlich beim Import schon gleich erstellen lassen kann, damit ich dann diese Bilder sehr, sehr schnell vergleichen kann. Aber Sie können das auch in der Bibliothek nachholen. Wenn ich über die Taste G mal in die Rasteransicht gehe, dann habe ich die Möglichkeit, im Menü Bibliothek über das Untermenü Vorschauen, die 1-zu-1-Vorschau für diese Bilder zu erstellen. Eine Meldung sagt mir, wann diese 1-zu-1-Vorschau erstellt wurden. Und wenn ich jetzt in diese Bilder mich reinzoome, dann bin ich per Klick sofort in diesen 1-zu-1-Vorschau und muss nicht noch abwarten, bis diese Vorschau aufgebaut ist. Ich gehe jetzt also durch die einzelnen Bilder im Filmstreifen durch und kann sie sofort auf Schärfe überprüfen. Das ist übrigens auch interessant bei der Vergleichsansicht. Sie haben hier in Lightroom verschiedene Ansichten. Und gerade für Studioaufnahmen, die mit dem Stativ oder wenigstens aus der gleichen Perspektive gemacht wurden, bietet sich natürlich eine sehr an. Und das ist die ultimative Vergleichsansicht, in der ich immer ein ausgewähltes Bild und einen Kandidaten gegenüber stelle. Wie ich vorher die Auswahl mache, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Ich arbeite oft mit der sogenannten Übersicht, die alle ausgewählten Bilder im Fenster zusammenfasst. Wenn ich mit Shift-Taste und Tabulator mir sämtliche Paletten ausblende, kann ich sehr schnell auch eine größere Ansammlung von Bildern beurteilen und durch Klick auf das X aus der Auswahl rausnehmen. Diese Vorauswahl kann ich jetzt schon mal der Einfachheit halber mit einem Stern bewerten. Das heißt, ich habe die Möglichkeit jetzt gleich zu filtern und mir nur die Einsterne-Bilder anzeigen zu lassen. Das mache ich auch mal. Sie sehen hier, die Einsterne-Bilder sind noch ausgewählt und ich möchte jetzt aus ähnlichen Perspektiven einfach das beste Bild raussuchen. Dafür kann ich die Vergleichsansicht wunderbar nutzen. Nehmen wir zum Beispiel mal diese drei Bilder hier in der Mitte. Dazu gehe ich natürlich erstmal wieder in die Rasteransicht, mache dann eine Filterung, gehe also einfach hier in die Filterleiste rein, klicke einmal auf die Einsterne-Bewertung und schon habe ich die Filterung entsprechend vorgenommen. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit wir hier den Bildschirm auch ausnutzen können. So, und wie gesagt, diese drei Bilder will ich jetzt mal miteinander vergleichen. Gehe in die Vergleichsansicht, die Sie übrigens auch über die Taste C erreichen können. Jetzt bin ich noch kurz in die Übersicht gerutscht. Das ist die Vergleichsansicht. Und die Vergleichsansicht sagt immer, ich habe ein Bild ausgewählt, das ist sozusagen mein Favorit und daneben ist der sogenannte Kandidat. Sie sehen das auch im Filmstreifen. Diese sind jetzt mit einer schwarzen beziehungsweise weißen Raute gekennzeichnet. Innerhalb des Kandidatenfensters kann ich immer zwischen den verfügbaren anderen Bildern wechseln. Das mache ich einfach über die Cursor-Tasten auf meiner Tastatur. Und wie gesagt, das Schöne hierbei ist, wenn ich mich jetzt hier ranzoome und die 1 zu 1 Ansichten schon erstellt habe, dass ich dann hier sehr schnell gleich die Bilder im gleichen Bildbereich auf Schärfe überprüfen kann. Habe ich ein anderes Favoritenbild? Für das ausgewählte Bild kann ich einfach über das X- und Y-Symbol diese Bilder austauschen. Und dann kann ich natürlich auch reingehen und kann sagen, okay, dieses Bild war es. Das kriegt jetzt zum Beispiel von mir über die Taste P eine zusätzliche Flaggenmarkierung. Und so können Sie auch sehr schnell andere Bilder gegenüberstellen und auswählen. So, ich gehe mal zurück in die Rasteransicht über die Taste G. Zusätzlich zu meiner 1-Sterne-Filterung werde ich jetzt noch die Flaggenmarkierung filtern und dann die Bilder auswählen, die ich mir näher vorgenommen habe. Und dann schaue ich natürlich jetzt als erstes auf den Reparaturbedarf. Und da geht es natürlich dann als erstes um Hautretusche. Zoomen wir uns hier mal ran. Hier sind wir am nächsten dran. Eine Basisretusche können Sie natürlich auch schon in Lightroom vornehmen. Und das geht mit den Werkzeugen, die die meisten von Ihnen kennen werden. Dazu wechsle ich über die Taste D in das Entwickeln-Modul und wähle dort den Bereichsreparaturpinsel aus. So, ich mache mir ein bisschen mehr Platz, aber dennoch zoome ich mich noch etwas mehr ran, um hier schnell zu reparieren. Ein kleiner Trick, wenn Sie die Größe Ihres Werkzeuges schnell anpassen wollen. Das können Sie natürlich über den Größenregler machen, aber Sie können auch die All-Taste und Steuerungstaste gedrückt halten. Dann können Sie nämlich immer von der Mitte aus Ihr Werkzeug für den Reparaturpinsel aufziehen und so genau die kleinen Macken entfernen, die Sie entfernen wollen. So, jetzt könnte ich mir jetzt jeden kleinsten Pickel hier vornehmen. Ich kann auch versuchen, die Hautstrukturen an den zu unruhigen Stellen einfach ein wenig zu glätten. Und das mache ich über eine lokale Korrektur, die ich mit dem Korrekturpinsel vornehmen kann. Dieser Korrekturpinsel vereint ja die wesentlichen Entwicklungseinstellungen und dazu gehört auch zum Beispiel die Klarheit, die ja den Detailkontrast sehr verstärkt. Und diese Klarheit kann ich auch reduzieren und damit etwas den Detailkontrast an unruhigen Flächen korrigieren, ohne Bildbereiche, die von der Schärfe leben, wie Augen, Mund etc. davon zu beeinträchtigen. Also werde ich als erstes die Alt-Taste drücken, dann hier oben links auf Zurücksetzen klicken. Damit ist alles genullt. Und schon mal auf Verdacht die Klarheit um die Hälfte reduzieren. Ich prüfe kurz, indem ich das Histogramm mal ausblende, dass die automatische Maskierung nicht aktiviert ist. Die würde mir hier nichts nützen. Was für mich ganz wichtig ist, ist, dass ich eine weiche Kante habe, sodass ich fließend und großflächig arbeiten kann. Mit dem Fluss, der jetzt ungefähr bei einem Drittel liegt, fahre ich auch ganz gut. So kann ich die Korrektur stückweise auftragen und an manchen Stellen stärker und an anderen geringer auftragen. So, ich wähle noch mal eine etwas andere Vergrößerung, zum Beispiel 1 zu 3. Dann habe ich den Blick auf einerseits die Hautstruktur, habe aber andererseits das ganze Gesicht im Blick. So, und jetzt mache ich mal meinen Pinsel etwas kleiner. Das geht am schnellsten mit der Komma-Taste. Und jetzt kann ich hier langsam über diese Bildbereiche rüber. Wie gesagt, ich trage es nur so ein bisschen auf, an Stellen, wo ich Stärke haben möchte, stärker. Und danach gucke ich, was ich hier mit der Klarheit erreichen kann. Sie sehen, das ist die erhöhte Klarheit und das ist die verringerte Klarheit. Was ich zusätzlich noch machen kann, ist an diesen Stellen etwas den Kontrast zurücknehmen. Auch dadurch wird es glatter. und vor allem auch die Schärfe zurücknehmen. Das sind drei Einstellungen, die insgesamt eine Hautstruktur beruhigen können, ohne sie ganz massiv weich zu zeichnen. Ich gehe da noch ein paar Stellen rüber, beim Kinn meistens etwas öfter. Und hier an den Wangen nur ein bisschen, weil ich da die Struktur sehr stark erhalten möchte. Übrigens, auch hier ist es oft sinnvoll, die Tiefen noch ein wenig hochzusetzen. Sie sehen, dass dadurch ich eine leichte Aufhellung erreiche und die unruhigen Stellen noch weiter geglättet werden. Schauen wir uns das mal an. Ich gehe mal hier auf Fertig und gehe dann in die Vergleichsansicht. Und hier sehen wir, glaube ich, wie wir diese sehr unruhigen Stellen auf der Stirn schon geglättet haben, aber dennoch eine natürliche Hautstruktur haben. Und jetzt ist natürlich der Punkt da, wo Sie mit dem Bereichsreparaturpinsel noch genau all die Stellen retuschieren würden, die halt jetzt hier noch störend sind. Wir lassen es jetzt erstmal bei dieser Korrektur und müssen eine ähnliche Korrektur natürlich auch auf die anderen Motive übertragen. Und dazu ein kleiner Trick. Sie haben zwei Möglichkeiten, das zu übertragen. Das eine ist, die Einstellung, die Sie jetzt zuletzt benutzt haben. Ich klicke die mal kurz an. Das eine ist, diese Einstellung, die Sie eben benutzt haben, einfach auf die nächsten Bilder zu übertragen. Und dazu gibt es einen Trick. Und zwar, wenn ich diese Einstellung jetzt auf die anderen Bilder übertragen möchte, ich markiere die mal über Steuerungstaste und A, dann kann ich natürlich auch eine solche Korrektur synchronisieren. Dazu sage ich jetzt erstmal nichts auswählen und sage dann, dass ich die lokalen Anpassungen über den Pinsel synchronisieren möchte. Jetzt sagen Sie wahrscheinlich, das macht doch überhaupt keinen Sinn, weil die Korrektur doch sicherlich an anderen Stellen stattfindet. Das ist schon richtig. Aber ich habe hier auch nachträglich die Möglichkeit, exakt die Einstellung, die ich hier benutzt habe, ohne viel Prüfen und Notieren, auf die anderen Bilder zu übertragen. Wenn ich jetzt hier in ein anderes Motiv reinziehe, dann sehen Sie, die Korrektur ist an komplett der falschen Stelle, aber mit den richtigen Einstellungen. So, und jetzt kann ich mir einfach mal die Maske anzeigen lassen. Das mache ich entweder über die kleine Checkbox hier unten oder über die Taste O und kann dann ganz einfach sagen, das, was jetzt da ist, das lösche ich. Sie sehen hier, dass es eine Pinsel-Einstellung zum Löschen gibt. Und damit gehe ich einfach großzügig über alle Bereiche im Bild und habe jetzt nach wie vor meine Einstellung, aber noch nichts bearbeitet. Und dann gehe ich einfach in diesem Motiv über die Bereiche, die bearbeitet werden sollen, nämlich in erster Linie den Stirnbereich. Die Überlagerung nehme ich mir natürlich raus und würde mich auch wieder an diese Bildteile ranzoomen für die Korrektur. Sie sehen, bei aller Vorbereitung und Automatisierung sind wir doch hier im Bereich der Einzelbildbearbeitung. Und dann kann es durchaus mal sein, dass Sie jetzt halt auch zum Beispiel in Photoshop gehen müssen, um dort Korrekturen machen zu müssen. Hier finde ich zum Beispiel, dass die Schulter hier sehr unnatürlich nach außen ausbeult. Das ist eine Arbeit, die ich mit dem verflüssigen Filter vornehmen muss. Das ist etwas, was also in Photoshop gemacht wird. Gerade bei People-Aufnahmen kommt man ohne Arbeit in Photoshop nicht aus. Wenn Ihre finale Entwicklung schon gemacht ist und die Basisretusche gemacht ist, dann ist jetzt die Zeit, in Photoshop zu springen. Denn nach den individuellen Korrekturen in Photoshop, ob das jetzt eine Arbeit mit dem verflüssigen Filter ist oder eine Frequenztrennung ist für die ganz feine Retusche, danach erst macht es Sinn, einen Look auf das Bild raufzusetzen. Ich mache das jetzt mal ohne große Eingriffe. Das heißt, ich gehe einmal in Photoshop. Das kann ich über das Menü Foto und über den Befehl Bearbeiten in. Ganz wichtig dafür, ein Hinweis, in welchem Farbraum, in welcher Größe und mit welcher Farbtiefe Sie das übergeben, geben Sie vorher in den Voreinstellungen für die externe Bearbeitung an. Dieser obere Bereich zeigt Ihnen, mit welchen Vorgaben Sie Ihre Bilder an Photoshop übergeben. Und je nachdem, ob Sie jetzt die Bilder nur mit Filtern bearbeiten wollen, also gut mit einem Smart-Objekt arbeiten können oder direkt in die Bildpixeln reinarbeiten wollen, übergeben Sie dieses Foto entweder über den Befehl in Adobe Photoshop bearbeiten oder in Photoshop als Smart-Objekt öffnen. Beides führt Sie direkt in Photoshop und in beidem wird gleich eine Kopie des Bildes erzeugt, die dann automatisch in die Lightroom-Bildorganisation mit aufgenommen wird. Wie gesagt, ich mache hier nur einen kleinen Eingriff mit dem verflüssigen Filter und werde das mit dem kleinen sympathischen Handwerkzeug machen. Und ich nutze im verflüssigen Filter immer den sogenannten erweiterten Modus. Denn hier sind die wesentlichen Optionen drin, wie zum Beispiel an dieser Stelle eine ganz wichtige, nämlich die Kanten zu fixieren. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt hier einigermaßen massiv versuchen wollte, diese Schulter ein wenig schmaler zu machen, dann passiert gleich das, was Sie hier schon sehen. Ich ziehe natürlich auch andere Bildbereiche nach innen. So, das mache ich mal rückgängig. Deswegen sage ich, dass die Kanten fixiert werden sollen und dann kleben die Kanten praktisch hier oben und ich kann halt trotzdem meine Korrektur hier stattfinden lassen. Und sobald ich einen homogenen Randpixel habe, funktioniert das eigentlich auch recht gut. So, das bestätige ich. Das speichere ich einfach. Die Datei bleibt editierbar. Durch die Smart-Objekte werden automatisch Smart-Filter erstellt. Ich speichere das und habe dieses dann automatisch in meiner Bildorganisation in Lightroom mit aufgenommen. In Lightroom habe ich jetzt eine gestapelte Gruppe von Aufnahmen. Erst die noch nicht in Photoshop korrigierte Aufnahme und dann die in Photoshop korrigierte Aufnahme. So, und jetzt, wenn ich dann all meine Korrekturen in Photoshop gemacht hätte, das habe ich jetzt natürlich noch nicht in der Kürze der Zeit, dann wäre der Punkt, wo ich einen finalen Look auf das Bild aufsetze. Und ich habe diverse Vorgaben für Looks, ob das jetzt ein schwarz-weiß-Look ist, verschiedene Cross-Umsetzungen oder aber auch einfach einen etwas kühleren Look, der die Schatten halt sehr stark ins Blaue setzt. Das ist erzeugt worden, nicht wie es vielleicht die Vermutung ist, über eine Teiltonung, die ja auch gut in die Schatten eine Farbe reinarbeiten kann, sondern über die Gradationskurven. In den Punktgradationskurven ist hier für den Blau-Kanal eine Kurve angelegt worden, die im Schatten das Blau massiv anhebt und erst zu den Lichtern hin wieder abnimmt und wieder natürliche Farben bekommt. Vorausgesetzt, wir hätten jetzt alle Motive schon im Einzelnen durchretuschiert und in Photoshop optimiert, können wir natürlich auch ohne weiteres nachträglich in der Bibliothek oder im Entwicklmodul jetzt genau auf diese Einstellung zugreifen und sehr schnell allen Bildern den gleichen Look geben. Das war ein zugegebenermaßen schneller Abriss, aber ich denke, hier sind alle wesentlichen Stationen angesprochen worden. Erstmal ein effektiver Import-Workflow, der möglichst viel der Basisentwicklungsarbeit integriert, dann die schnelle Möglichkeit, Auswahlen zu erstellen und vor allem die Bilder exakt vergleichen zu können über verschiedene Vergleichsansichten und die vorher generierte 1-zu-1-Ansicht und dann die Basisretusche, die Sie auch schon in Lightroom vornehmen können über die Bereichsreparatur oder lokale Korrekturen, die Hautstrukturen auch schon in Lightroom glätten können. Fast jedes Porträt erfordert noch einen Einsatz in Photoshop, das es in Lightroom besonders gewährleistet durch den fließenden Austausch mit Photoshop und die automatische Integration des Ergebnisses in der Lightroom-Bildverwaltung. Und am Schluss können Sie mit Entwicklungsvorgaben, wie Sie sie auch schon für den Import benutzt haben, sehr schnell einen Look auf die gesamte, dann schon im Detail optimierte Serie auftragen.